Sie sind in glücklich meinen Zollern, öffnen, wie es keine war. Sie uns steu'n in keine Falle, sie ein glücklich nach der Wand. Der aus Gott im Stamm geboden, Gott ist um von Ewigkeit, uns zum Heiland aus der Boden, es ist ein guter Wendigkeit. Hosanna, dem Sohne Davids, gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Hosanna in der Höhe. Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er leidend Tod auf sich nehmen. Dort sollte er auferstehen. Mit Glauben und innerer Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Einzuges, heute am Palmsonntag. Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und seinem Leben. Und so wollen wir heute in Erinnerung an den Einzug in Jerusalem, wo Jesus als König gefeiert wurde, nun die Psalm 2. Segen. ein mächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, überleben. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem geleiden, der mit dir lebt und herrscht in all Ewigkeit. Amen. Und so segne und begleite Sie, der barmherzige und bütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Palmzweige können ab heute, beim Sonntag und auch mit der Karoche hier am Altar im Warnfried abgeholt werden. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Mein Liebensprobung Untertitelung des ZDF, 2020